Ihre Tochter ist im Augenblick gelähmt. Der Befund ist günstiger als ihr Verhalten. Sie muss wollen. Du kommst in diese Superklinik und dann läufst du bald wieder rum. Was macht die eigentlich hier? Der Röner? Er motiviert Leute wie dich. Dich haben sie hergebracht, damit du wieder anständig laufen kannst. Ich wollte eigentlich mal Tänzerin werden. Du darfst wieder am Ballettunterricht teilnehmen. Ich werde versuchen, dich meiner Lehrerin vorzustellen. Ich werde Tänzerin. Du bist aufgenommen. Du kannst mehr. Man wird nicht Tänzerin. Man ist Tänzerin. Wenigstens eifersüchtig darf ich sein, oder? Okay, vielleicht ist es meine Schuld. Ich bin immer lustig, hab immer einen Spruch drauf. Jakob? Jakob ist natürlich ein ernsthafter Künstler. Also, du bist für Paris. Die Karlova hat mir noch nie eine Schülerin empfohlen. Du bist zu jung für den Bein. Was. Was. Wow. Let's go!